Nach knapp zwei Monaten Pause ist es endlich wieder soweit, endlich kriegen wir animierte Kanan-Folgen und der Fall, der hier gleich animiert wird, der startet mit Rumi Wakasa. Endlich geht es weiter, Stichtag ist hier der 10. Juli, warum ich mich darauf so freue, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komma war Leute, was geht ab, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Konan-Video hier auf diesem Kanal. Für alle Leute, die sich fragen, warum ich mich anders anhöre, das liegt ganz einfach daran, dass ich endlich mal wieder meinen Mischpult angeschlossen habe. Worum geht es? Es geht natürlich um den japanischen Stand, endlich kommen wieder neue Kanan-Folgen. Wie gesagt, Teil 1 am 10. Juli, Teil 2 direkt eine Woche danach am 17. Juli. Worum geht es? Es geht um Kräutersammeln. Das hat angefangen im Manga, nämlich Band 97, das heißt, wir holen hier wirklich sehr, sehr gut auf. Kapitel 1032, 1033 und 1034, das war damals also Manga ein Dreiteiler. Und wir haben hier einen Detective-Boys-Fall, der am Anfang wirklich, ich sag mal, ja, irgendwie so ein bisschen verlaufen hat, wie Kanan es. Aber es hat schon ganz besonders angefangen, denn unter anderem Professor Agassar, der ja sonst immer mit zum Camping geht, der konnte diesmal nicht. Dafür war aber Rumi Wakasa unter anderem da und hier geht es nämlich um einen der wichtigsten Fälle, die wir jemals hatten. Warum, weshalb, wieso, möchte ich euch ganz kurz erklären. Denn im Kapitel 1033 kriegt Rumi Wakasa gerade als etwas passiert ist, ja, ein Mordfall sich ereignet hat, einen Flashback. Und ich befasse mich sehr, sehr lange schon mit Detective Conan und meiner Meinung nach ist der wichtigste Fall, den wir in Detective Conan haben, der Koshia-Nederfall von damals. Denn der Koshia-Nederfall ist Dreh- und Angelpunkt von so vielen offenen Fragen, so viele Geheimnisse, so viel Organisationsmitglied-Machenschaften. Ja, wir wissen, was dort passiert ist. Wir wissen, dass so vieles damit zusammen, quasi die gesamte Familie Arkay ist durch diesen Fall geprägt. Aber natürlich auch das Apoptoxin hat dort auch eine sehr, sehr entscheidende, ich sag mal, Laufrichtung bekommen. Ja, also für alle Leute, die nicht wissen, was der Koshia-Nederfall ist, Leute, checkt auf dem Kanal, da gibt es locker 30 Videos zu. Und hier kriegt nämlich Rumi, wie gesagt, einen Flashback. Und wir wissen, damals gab es ja, ich sag mal, diese unbekannten drei, wie ich sie jetzt eigentlich bezeichne. Und zwar haben wir hier Hihoi Kuroda, dann hatten wir noch Kaninori Wakita und Rumi Wakasa. Und wir wussten, okay, irgendwie sind diese drei Personen besonders, die wurden ja alle als Rum gehandelt. Wir wissen ja auch, Spoiler, 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 dass es sich bei Wakita um Rum handelt. Und nun steht natürlich für uns noch die Frage offen, wer ist Rumi Wakasa in Wirklichkeit, was hat sie gemacht und wer ist Hihoi Kuroda? Bei Hihoi Kuroda nimmt man ja an, dass es vielleicht ein Organisationsmitglied ist oder dass es halt so Tomu Akai ist. Das letzte, äh, letzteres nehme ich an. Und bei Rumi Wakasa ist die Frage, okay, was ist sie? Ist sie vielleicht Asaka, der Bodyguard von Amanda Hughes, die ja damals bei dem Koji-Nederfall ums Leben gekommen ist? Ähm, gibt es vielleicht eine weitere Identität? Und so weiter und so fort. Das Puzzle wird quasi immer mehr und mehr aufgelöst. Denn, äh, wieso ist dieser Flashback, den wir quasi in Animita-Form kriegen, so bekannt und so relevant für uns als Detective Conan-Fans? Das ist ganz einfach, denn, ich sage mal, es stand ja bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal fest, dass Rumi Wakasa erstmal überhaupt damals am Tatort war. Ja, das war ja alles bis dahin nur Theorie und dadurch haben wir natürlich, äh, den offiziellen Beweis bekommen, dass sie da war. Ja, und auch, dass sie quasi diesen Flashback von Koji-Neder hat. Das heißt, wir hören, dass Koji-Neder spricht, ja. Ob jetzt Koji-Neder mit ihr spricht oder ob sie es quasi nur gehört hat, das ist wiederum was anderes. Aber sie schien sehr, sehr nah an Koji-Neder dran gewesen zu sein. Und, äh, mit all dem, was er dort sagt und mit der Reaktion von Rumi Wakasa, das hat sie quasi extrem mitgenommen. Und sie kriegt wirklich, ich sage mal, Schnappatmung, ja. Sie hyperventiliert, als sie daran gedacht hat, als sie diesen Flashback von damals bekommen hat. Und all das zeigt einfach, dass sie sehr, sehr emotional darüber denkt und sehr, sehr, ja, gewissenhaft, sehr, sehr empathiemäßig darüber nachdenkt, was passiert ist. Und ich glaube auch, dass wenn Rumi Wakasa wirklich auf der bösen Seite stehen würde, hätte sie nicht das, wie sie reagiert hätte. Dann wäre die Reaktion eine gänzlich andere gewesen, was für mich damals auch schon ein sehr, sehr großer Punkt war. Warum ich Rumi Wakasa auf der guten Seite sehe und warum sie, glaube ich, auch im Endeffekt sehr, sehr gut zu Koji-Neder gestanden haben muss. Es gibt ja diverse Theorien, dass sie, wie gesagt, Asaka ist, Amanda Hughes da beschützt hat. Dass sie vielleicht irgendwie eine Freundin war, wenn es jetzt nicht Asaka ist, von Koji-Neder, vielleicht die Freund-Freundin, ja, also Girlfriend-mäßig. Denn sie musste ja da gewesen sein. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, hatte sie ja auch den Shogi-Stein, der quasi damals beim Tatort entwendet wurde. Aber man konnte nie richtig greifen, warum hatte sie den Shogi-Stein? Warum hat sie Informationen zu der Apoptoxin-Liste? Da können doch eigentlich nur Insider rankommen und das ist halt natürlich hier wieder mal, ich sag mal, ein Hinweis, der in die richtige Richtung geht. Und deshalb freue ich mich so extrem auf diese Anime-Episode, auf diesen ganzen Fall. Ich sehe bis jetzt gerade nur bis Mitte Juli rein. Also entweder diese drei Kapitel werden in einem Zweiteilerkanon umgemützt oder es wird ein Dreiteiler. Ich persönlich gehe davon aus, dass das Ganze nur ein Zweiteiler sein wird. Vielleicht auch ein Dreiteiler, wie gesagt, spielt jetzt auch keine Rolle. Aber da bin ich auf jeden Fall mal extrem gehypt, wie das umgesetzt wird. Und dazu wird es natürlich auch wieder wunderbare Reviews geben. Also Kreuter sammeln, der Detective-Boys-Fall schien relativ harmlos anzufangen. Aber der hat sich dann auch als sehr, sehr wichtig entpuppt. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehr, sehr viele Fälle, wo es um die Detective-Boys ging, haben sehr, sehr viel, ich sag mal, mit der Organisation zu tun. Wenn wir so ein bisschen darauf zurückblicken oder mit wichtigen Fällen. Und lassen wir uns mal überraschen, ja, was dort hinzugedichtet wird, was weggelassen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieser Flashback-Animid wird. Im Manga kam der schon extrem gut rüber. Und ich denke mal, dass das etwas ist, worauf wir uns alle als Detective-Connel-Fans freuen können. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, checkt es ab. 10. Juli ist der erste Teil am Start und 17. Juli der zweite Teil. Okay, dazu würde es dann, wie gesagt, auf Videos gehen, aber das ist halt alles japanischer Stand. Nix mit Deutschland und so weiter und so fort. Ich bedanke mich für das Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Wakae. Ich bedanke mich für das Zuschauen.